so da sind wir wieder am start die haben wir gerade sollen wir die gleich wieder anzünden oder möchten wir sie zerhackstückeln und dann aber nur wenn sie brennen sind sie abschreckend wie waren die rüstung noch mal das weiß ich gar nicht mehr ja sticks und kombinierten das kann ich irgendwas brauchen und danach fäll war das doch oder jetzt ja was habe ich da genommen ich habe doch gerade zwei sticks und das war übrigens schwer gemacht obwohl ich nehme an werfen weg da ok moment oh ja jetzt habe ich eine rüstung perfekt zeit war das dann guck mal ich habe keine knochen doch 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 dann irgendwie mit stoff ja genau nehmen nur nur knochen und knochenstoff doch nehmen wir fehlten knochen ich habe genau ein knochen ich hätte genau ein knochen falls wer ja ich mache das jetzt so pass auf und das nutze ich jetzt leck mich bitteschön hier ist dein essen hier ist dein essen mehr kriegst du heute nicht mehr verdienst du nicht so knochenrüstung noch mal kombiniert ja mit mit lizard oder so weißt du oder mit 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 lauf oder irgendwie es geht ja ich fang gleich wieder an auch ein rüstung und jetzt habe ich dann so ein leder hand oder laufen ja das so leder hat schon weit da der bei date stück knochen ist aber echt starke kerle sein aber jedes mal zwei warmstelle auf die schulter nehmen ja man ist ja man frisst er gut was apropos fressen ja genau ich mache gerade ein lagerfeuer die kleinen die jetzt verbrennen oder schon mal die oder schon mal echt effigies bauen ich guck mal so ein kleines effigies oder so wir könnten die ja hinklatschen und wenn sie angreifen und wir echt knapp am tod sind dann anzünden dass sie dann weg laufen oder so weißt du was ich meine ich finde die vermissten flugzeug passagiere du musst weiterlesen achso ich finde keine effigies ja bist du denn ganz doof die sind doch vogelhäuschen da sieht sie sogar alle weiße nazi krasses titel kannst sie tiere anschauen was das gibt Große braune Fledermaus, Hüttensänger, Wildschweine? Eine unechte Karettschildkröte. Hier gibt's Wildschweine? Jetzt gibt's Wildschweine. Jetzt gibt's Waschbären. Geile Scheiß. Schneeschuhhase. Ach, das werden dann meine Schuhe oder was? Schneeschuhhase. Wie viele Seiten du als Notizen hast, kann ich da was reinschreiben? Inhaltsverzeichnis. Kann es sein, dass Affid-Schießbar noch nicht möglich ist? Vielleicht muss man die erst hacken. Und danach ist das erst möglich. Vielleicht muss ich die erst hacken und dann ist das möglich. Nein, irgendwie. Ich versteh das nicht. Ja, das Gute ist, man kann die ganzen Gliedmaßen einfach... ...von den Körper dann nehmen, ins Feuer werfen... ...und dann ist jeder glücklich. Ne, ich kann immer noch keine Affid-Schießbarung, glaub ich. Ich versteh's aber nicht, warum nicht. Die müssen ja aber dann wenigstens angezeigt werden, oder? Ich wär ohne Schwung... Ja, vielleicht... vielleicht macht man das dann irgendwie später... Ich bin grad echt... ich bin grad echt schockiert. Wo sind die Affid-Schießen? Sie können alles mal... Oder haben sie den Ärger bekommen, weil das zu brutal war, oder so? Ach, nee, glaub ich auch nicht. Ab wieviel Jahren ist eigentlich das Spiel? Äh... Ich glaub 16 Mal, oder? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, wird das schon wieder dunkel? Äh... Ja? Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, ich muss gehen, ne? Ich hab grad gegamed. Oh mein Gott. Oder soll das erstmal unsere Hütte werden? Okay, Mau-Mau. Wisst ihr, wie ich mein? Hm... Jo... Also... Weil ich... Ich weiß ja nicht, weil die kleine Hütte... Ja, ich weiß nicht. Ne, wir brauchen hier... Ja, aber die kleine Hütte ist ja eigentlich... Ja, eigentlich schon. Die reicht da aus, oder? Weil da können wir eh nicht drin schlafen, also. Eben, ne? Irgendwann bauen wir unsere Villa. Genau. Ja. Wir bauen einfach so ganz viele Hütten überall, immer dort... Alter, so knapp. Immer dort, wo die Bäume sind. Irgendwann haben wir die ganze, ganze Insel mit, äh, Hütten zugepflasst. Hm. Und das ist dann unsere riesen Siedlung. Und dann wenn sie angreift, dann können sie eigentlich nirgendwo mehr sein. Weil eigentlich sind wir alles zugepflasst. Dann gibt's keine Bäume mehr. Die können sie nicht mehr verstecken. Und... So. Alter, wie das jetzt so staubt, weil... Das wollen wir nicht, oder? Ah, kann das sein, dass man jetzt in diesen Wagen auch Steine und Stöcke reinhauen kann? Keine Ahnung. Man kann da irgendwie durchschalten. Ich kann da... Ich glaub, man kann sogar Körper reinlegen. Nein. Man kann's durchschalten. Ja. Oder? Doch. Klotzhofer. Genau, steinig. Oh. Geil. Und da gibt's auch das Zeichen für die Leichen. Stimmt, ja. Hehehehe. Mach mal. Gut, wann können wir denn schlafen? Oh. Na gut. Aber das nervt mich jetzt schon wieder, ey. Zum kurzen. Ja, es ist halt irgendwie leicht und unlogisch. Nee, 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 nämlich, dass du hier springen musst, um hier reinzukommen. Aber das kann man ja auch nicht sehen. Ja, nee, das ist... Das ist jetzt irgendwie doof. Wir könnten noch eine Plattform davor setzen, das wäre ja nicht so tragisch, aber... Ja, das können wir machen. Ja. Ja. Das müssen wir machen, weil das... Das geht nicht. Ja. Ich weiß noch, bei unserer ersten Staffel, da mussten wir uns immer ducken, dass wir irgendwo durchgucken sind. Ja, ja, beim... Bei dem Balkon, ne? Bei dem... Ja. Aber der war geil, der war... Der war schon ein geiles Haus. Das Haus war schon fett. Man muss halt sagen, das Bausystem in the Forest ist halt... Pfff. 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 Viel anfällig. Du, ich verdurste! Oh mein Gott! Und verhungern tue ich auch wieder. Irgendwie was... Oh ja, da liegt es in Sonn. Das ist sehr gut. Das sehen wir einfach mal. Zack, du. Vergib dich. Hä, da... Du, das hat mir gar nichts gebracht. Ich habe jetzt nur einen Millimeter. Kopf kann auf einem... ... vorher gegrillt werden. Alles? Ja, alles kann auch gegrillt werden, aber den darfst du nicht erstmal als Kannibale, da wirst du krank von. Ja. Oh, kann man schlafen? Kann auch schaden? Ne. Aber ich speichere mal sich jetzt. Aber ich speichere einfach hin und wieder mal. Ey, wieso ist denn jetzt das Feuer, aber es verafflixt uns ja nicht. Ich möchte doch... So, fertig. Machen sie uns was zu essen. Also, ich habe fast auch nichts mehr zum Essen. Wir müssen fast dann, äh... Jetzt, wenn es dann wieder Tag ist... Wir brauchen Schildkröten und wir brauchen auch... Wenn es wieder Tag ist, müssen wir unbedingt mal jagen gehen oder sowas. Weil... Wir brauchen unbedingt was zu essen. Weil wir noch eine Nacht... ... haben wir voll verkackt. Haben sie irgendwie Rekorriegel oder sowas? Ich habe auch keine Riegel, gar nichts. Also, ich habe noch zwei Soda... Ah, doch, einen Snack habe ich noch, doch. Ne, ich nicht. Das ist das Problem. Hast du schon gegessen? Ne. Zwischen Schädel und Echsenhaut. Bisschen versteckt. Danke dir. Danke dir. Ein Ding wäre noch fertig, ein Fleischding. Ja, wie viel Hunger hast du denn? Weil ich bin jetzt bei der Hälfte voll. Also, ich habe... Bin fast voll, also... Was mich gerade ein bisschen wundert ist, mein Trinken ist wieder weg, obwohl ich gerade eine Soda getrunken habe. Ähm. Wir müssen dann einen Topf holen, auch unbedingt. Und gucken, wo der nächste C ist. Stimmt, der Topf war da hinten, glaube ich. Bei unserer alten Stelle, da bei den Zelten. Da kann man denn schlafen... Ach, ne. Da kann man jetzt auch mal bisschen weiterholz füllen. Ja, ich... Hau da ein bisschen... Immer wieder ein bisschen was. Wenn es direkt in der Nähe von uns ein Haus ist. Jo. Genau, das geht schon. Na, was ist denn jetzt? Ah, jetzt. Ah, die springen nicht mehr so weg. Früher sind die ja voll weggesprungen. Weißt du das noch? Naja, das stimmt. Das ist... Sehr schön, dass du dich zusammen hast. Ich glaube, das ist... Ah! Ähm. Äh. Du bist tot? Ja. Wie das denn? Ich glaube, ich bin verdurstet. Hahaha. 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 Ja gut, aber... So können wir uns ja gegenseitig immer wieder beschigen. Hahaha. Oh, und jetzt habe ich wieder volles... Ist ja geil. Jetzt habe ich wieder volles... Also fast voll. Wasser. Jetzt habe ich keinen Durst mehr. Bin einmal gestorben, habe keinen Durst mehr. So. Was? Dann stehe ich noch mal ganz kurz... Was war denn das jetzt? Warum hast du so geheilt? Holy shit. So. Ich muss... Ja. Kann man das hier am... Aß mal links gehen. Ich dachte, man kann das schon an der Wand bauen. Ich würde sagen, so links und rechts. Alles voller Stickholder. Oder? Ja. Na, am besten... Lenk? Wo war das? Wo sind die Stickholder? Na? Ich finde keine Stickholder. So ungefähr, oder? Und dann kann man hier durch die Mitte schon... Äh... Vergiss das... Vergiss nicht, das ist das große Ding, ne? Ja. So. Hallo. Wiss ich... Pst! Mach zu, mach zu, mach zu. Macht das Licht aus. Ich glaube, ich würde das linke Lager vielleicht noch ein bisschen nach rechts setzen. Weil das ist das in der Mauer drin, und das gefällt mir nicht. Und das eventuell noch ein bisschen weiter nach hinten. Ist ja das schöner schon. Das machen wir jetzt schön. Ja, mach das mal schön. Ganz leise, die sind noch da. Jo. Ach so, es ist jetzt dunkel. Es ist jetzt Nacht. Haben wir eigentlich schon schlafen können? Ne. Es ist ja schon 18... Hallo, es ist schon 18 Minuten. Ja, aber ist mir nicht so aufgefallen, Bro. Die Fackel hattest oder sowas. Ach. Ach. Oder... Die... Die Taschenlampe, äh... Feuerzeug. Feuer. Feuerzeug, ja. Tassenlampe. Aber da gibt es doch auch jetzt eine, oder? Eine Taschenlampe, glaube ich. Die gab es doch schon, glaube ich. Boah, jetzt. Kosho sei. Ich schau mal, ob die noch da sind. Die sind echt vorbeigelaufen. Das heißt, wenn du dich da drin versteckst. Und das Licht ausmachst. Oder allgemein versteckst. Und keinen Mucks von dir gibst, dann... Das ist schön, ja. Laufen sie vorbei. Wenn sie nicht gerade deine Hütte angreifen. Das sieht irgendwie so schräg aus. Ist ja auch irgendwie... Ist doch genau eine Ecke dahin. Ah. Naja. Naja, egal. Bauen. Bist du so zufrieden mit den zwei Lagern? Leger. Lagern. Leger. Was weiß ich. Ich mag jetzt da gucken, ob ich das Fundament irgendwie nochmal... Es ist halt jetzt so ein bisschen risky. Also theoretisch könnten wir jetzt schlafen. Wie wird die Nacht jetzt an... Dass wir dann vielleicht in der nächsten Nacht frühzeitig schlafen können, damit sich das irgendwie wieder... Oh, scheiße. Das ist zu hoch. Du musst eigentlich noch einen Snack essen. Hm. Gut, also ich würde sagen, ähm... Wir müssten eigentlich zwei Bäume stehen lassen. Für... Also ein Baum fürs Vogelhaus. Und das andere für... Äh... Baumharz. Außer man kann das an einem Baum... hinbauen, dann wird es auch so funktionieren. Ja, stimmt. Ich weiß schon, was du meinst. Oh, oh, oh. Ins Haus. Stimmt, werden wir angegriffen. Ja, das sind... Zwei... Taschenlampe. Oh, shit. Obwohl, wenn die ne Taschenlampe haben, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, aber die Taschenlampe kriegst du ja nicht, oder? Oh, nice. Ähm, holy shit, Alter, wie fett die das kaputt machen. Stimmt. Stimmt. Oh, shit. Ah, stirbt. Alter, wie viel fällt denn bitte aus? Nein, endlich. tschuldigung nein ich muss mir kurz verstehen ich habe kein leben ja es ist wirklich nicht mehr so einfach die rüstung knochen ja ja scheiße wir brauchen reparatur haben aber wie ging das der baum hat das war ja das habe ich mich sauber gemacht und es ist wie viel baum hat braucht man denn ich habe jetzt auch keinen bock ohne ich bringe ein bisschen kundschaft mit geht gar nicht ich mag eigentlich die wand reparieren so ein design baum hat zehn mit der herzen einfach mal zwei stoff wahrscheinlich stock stein habscher 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 ausrüstung ganz viel baum das war es ist jetzt stick stein und ganz viele baum hat das war stick zehn baum hat ein stein und zwei stoff nie sogar zwei sticks sorry wirklich stoff ja zwei sticks zwei stoff ein stein und zehn baum hat alles klar ich brauche ein bisschen baum hat obwohl wenn du einen eigentlich hast dann reicht es vielleicht nicht mal der boden ist auch kaputt der hat sogar das phänomen kaputt gemacht der ist alles kaputt warum ist fast alles kaputt das gibt gar keinen sinn der macht wohl das flächenschaden flächenschaden 10.000 so gut alles schön gut wir haben uns hüttchen aber wir haben hier wenn wir ein gewisses problem haben ich krieg da nichts gebaut so dass da genau die gleiche höhe hat ich krieg es nicht hin ich krieg es nicht hin ach dann ist es halt so ach wurscht ich schaff es nicht wie dem auch sei ich geh mal ein bisschen jetzt am strand entlang wollen wir zusammen ja 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 ein weiteres opfer das lagerfeuer ist einfach weg hm 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 Was ist weg? Unser Lagerfeuer. Ja gut, das war ja sofort gebaut, ne? Jojo, das ist wieder am Brennen. Ach, da ist sogar ein Foto von Timmy dabei. Nein, das wollte ich nicht machen. Wollen wir zusammen sein? Ich versuche immer noch dieses Fundamentstück hier zu bauen. Gut, dann gehe ich schon mal auf Schildkrötenjagd. Wünsche mir Glück. Und vielleicht finde ich sogar einen Topf zum Wasser abgehauen. Was ist was? Ah, die Ausdauer ist halt echt schnell weg. Oh mein Gott. 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 Welche zwei Bäume wolltest du eigentlich stehen lassen? Irgendwelche, ne. Ist ja gut. Oh, die ist Nostalgie. Ich bin an unserem alten Bauplatz. Nein, ich will auch. Das war eigentlich schon cool gemacht hier so. Da waren wir so richtig geil. Ich glaube, da ziehe ich mir ja wieder alle Folgen rein oder so. So eine Nacht. Ist heute Freitag? Ne, heute ist... Heute ist der Nostag. Ach, heute ist der Nostag. Ja, da könnte ein Topf sein. Oh scheiße. Nein, bitte nicht, bitte. Oh, das ist so eine Masse gehabt. Der Baumstamm ist gerade direkt in unsere Richtung von unserer Hütte gefallen. Jawohl, ich habe ein... Den gefunden. Einen Topf. Vielleicht mal speichern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eigentlich nur noch... Du musst mich jetzt lieben. Du musst mich jetzt lieben. Achte, ich liebe dich doch schon immer. Ich habe das so perfekt hinbekommen. So geil. Jetzt bin ich voll zufrieden. Und ich brauche immer noch Hunger. Ich verhunger. Ich brauche immer noch Hunger. Ich brauche immer noch was zu essen, weil ich verhunger. Wird schon rot wieder. Ich sterbe gleich. Gut, hier wären tote Haie. Aber... Oh. Ui, die 25 Minuten sind schön da vorbei. Was? Nein. Ich muss aber vorher was essen. Das ist extrem wichtig. Äh, ich essen und trinken und alles. Na ja, mein Magen fühlt sich schon wieder rot. Das heißt, danach sterbe ich. Werden wir jetzt auch langsam kritisch. Wir müssen irgendeinem Seat. Mal anfang vom Spiel. Die ganze Zeit so blöde Vögel. Das ist der Seat. Oh mein fucking Gott. Der Seat ist sehr gut. Der ist direkt neben uns. Wir haben ihn nicht gesehen. Perfekt. Hast du schon einen Speer? Ja, da braucht man zwei Sticks. Ich habe ihn gerade nicht gecraftet. Gerade ist natürlich perfekt. Dann haben wir hoffentlich Fisch und Wasser. Wasser ja, aber Fisch irgendwie sehe ich keine. Bleib mal da, ich habe einen Topf dabei. Ich höre sie aber schon wieder lachen. Ja, so lange sie lachen. Da oben laufen sie ja schon wieder. Ja, aber es gefällt mir eigentlich, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist. Ja, ich finde es auch geil. Da sind Fische, aber da komme ich nicht hin. Die sind voll mittel im Wasser. Soll ich vielleicht mal den Topf ausrüsten? Ich könnte versuchen da direkt raus zu trinken, aber dann sterbe ich wahrscheinlich, oder? Aber eigentlich ist es klares Wasser, ne? Eigentlich, ja. Ich habe mein Speer ins Wasser geworfen. So. Sehr gut hast du das gemacht. Dankeschön. Oh, oh. Nein, 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 nein. Leck mich. Oh, alter. Ich war gerade im Baumenü und wollte bauen. Ähm. Oder ist ein Fisch, ne? Mal schauen, was da oben ist. Lol, der ist ein... Kann ich die nach außen? Hey, der ist ein Pfeiler. Jawohl. Der ist ins Wasser gesprungen und ist verdurchtet. Der ist liegt da unten in der Leiche. Geil. Das taugt noch. Das taugt noch. Wie holen wir denn die Fische? Kann man eine Angel kaufen? Angel? Alter, gibt es da angeln? Ne. Alter, das wäre mal eine fette Idee. Ah, warte ist ein Fisch. Hast du einen? Ich habe einen Fisch. Geil, weil ich muss unbedingt was essen. Kann es den gleich ins Feuer schmeißen. Ich sterbe sonst. Ich sehe gleich, dass ich hier rum bagge, weil ich hier zwischen den... Oh, hier sind Bären. Was nicht gegangen? Blaue ist ein gute, glaube ich. Naja. Ich sehe hier Quatsch nichts. Oh ja. Uff. Was? Die waren giftig. Ehrlich? Ja. Bist du tot? Nee, kurz davor. Der Bildschirm ist. Lag auf. Die sind so weit drinnen, die Fische. Ich komme da nicht hin. Ich komme jetzt mal wieder ins Lager und gucke mal, dass der Fisch fertig ist. Der Fisch steckt dran, ne? Ja, weil ich muss echt, ich bin gleich tot. Glaube ich zumindest. Da sind Bären, aber die sind, glaube ich, giftig. Die sind giftig, ja. Die habe ich auch schon. Orange? Schau an die Orange bei dir. Schau an die Orange bei dir. Oh, war nase ich. Der Fisch ist fertig. Nice. Ich brauche auch mit dem Fuß zu essen. Beine wäre ich in die zur verkehrten Hütte gelaufen. Ach, hier ist so ein Ding zum Sprengen. Soll ich das markieren? Ah, das sollte man vielleicht auch. Wo war denn das zu markieren? Das war... Ach, da ist die Knallflagge. Okay, alles klar. So, ich trink dann mal was. So, ein Stick. Ein Stick. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. Fülle nochmal auf. Das mache ich mal... Blau. Blau. Blau, ja. Weiß. Gelb. Weiß. Grün. Ja, genau. Was haben wir das andere gemacht? Gelb. Gelb? Dann machen wir das einfach Weiß. Äh, wo... Scheiß, wo waren sie ja? Jawoll, da ist ein Fisch. Wie haben wir das zu? Ja, genau. Da falle ich immer ins Wasser und dann kriegst du ihn nicht mehr. Jetzt habe ich gerade versucht zu springen und... Ah, schade. Zum Glück sind die auch gar nicht scheu, die... Ach, komm. Das wäre echt knapp. Wir müssen unbedingt jetzt unser Lager... Äh, wir müssen aufhören, oder? Ah, ja. Da war ja was. Ähm... Ja, bleib mir schnell auseinander, oder magst du noch schnell herkommen? Ne, ist das auch so. Machen wir auch so, ne? Ja, genau. Wir müssen dann auch wieder sich das... Also dann... Ähm... Ja, aber wirklich, ne? Das ist ja... Du hast doch gerade irgendwie was gegessen, oder? Ja, also am Essen kannst du nicht liegen und eigentlich das... Trinken... Das ist jetzt knallrot, ja? Aber das war noch nicht so weit rot. Da war noch ein kleines bisschen Blau drin. Hm. Also ich bin jetzt auch gerade am Verhungern. Raffi nicht. Naja, wie dem auch sei. Ähm. Darum können wir uns nächste Folge. Jo. Bis zur nächsten Folge. Jo. Ciao. Ciao. Ciao.